Ihr sollt die verfluchten Tarife abbauen, ihr sollt auf euren Direktor vertrauen, ihr sollt die Schlichtungsausschüsse verlassen, ihr sollt alles weitere dem Chef überlassen. Kein Betriebsrat, quatsch uns mehr herein, wir wollen freie Wirtschaftler sein. Fort die Gruppen sei unser Panier, ihr nicht, aber wir. Ihr braucht keine Heime für eure Lungen, keine Renten und keine Versicherungen. Ihr solltet euch allesamt was schämen, von dem armen Staat auch noch Geld zu nehmen. Ihr sollt nicht mehr zusammenstehen, wollt ihr wohl auseinander gehen. Keine Kartelle in unserem Revier, ihr nicht, aber wir. Wir bieten bis in die weiteste Ferne, Trusts, Kartelle, Verbände, Konzerne. Wir stehen neben den Hochofenflammen, in Interessengemeinschaften fest zusammen. Wir diktieren die Preise und die Verträge, kein Schutzgesetz. Sei uns im Wege gut organisiert, sitzen wir hier. Ihr nicht, aber wir. Was ihr macht, ist Marxismus. Nieder damit, wir erobern die Macht. Schritt für Schritt, niemand stört uns. In guter Ruhe sehen Regierungssozialisten zu. Wir wollen euch einzeln an die Gewehre. Das ist die neueste Wirtschaftslehre. Und die Forderung ist noch nicht verkündet, die ein deutscher Professor uns nicht begründet. In Betrieben wirken für unsere Ideen die Offiziere der alten Armeen. Die Stahlhelmleute, Hitlergarden, ihr in Kellern und in Mansarden. Merkt ihr nicht, was mit euch gespielt wird? Mit wessen Schweiß der Gewinn erzielt wird? Komme, was da kommen mag, es kommt der Tag. Da ruft der Arbeitspionier, ihr nicht. Aber wir, aber wir, aber wir.